So Leute, Castle Crashers. Weiter geht's. Keine große Begrüßung, nicht langschnacken. Ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der ganze Scheiße funktioniert, ey. Ich auch nicht mehr. Das ist bei mir genauso. Fuddeln! Ja, wir sind gerade bei Freaky zu Gast im Stream. Moin! Wo ist denn? Ach so, jetzt kann ich graben. Genau, aber das ist nur an Stellen, wo es sich lohnt. Mr. Orange Man. Guck mal, ich bin jetzt nicht mehr. Ich konnte gerade grüne Blitze machen. Ich fühl mich voll stark, wie dieser DC-Hale. Mach ich denn das nochmal? Ich hab's voll vergessen. Mit R kannst du, glaube ich, Magie? Aufladen. Mit dem rechten Trigger. Vor allem, weil ich eigentlich den Grauen hatte, mit dem ich voll aufs Nahkampf gegangen bin. Meiner ist nämlich, die Grüne ist voll versaut. Ich wollte doch jetzt den Grünen haben. Der ist schön, ne? Wie konnte ich, wie konnte ich nochmal meinen Zauber machen? Ähm, mit R-Ride Trigger und dann... Ah ja, genau. Warte mal, ich mach mal ein bisschen leiser. Ich hör, ich hab leck. Ich hab echt zu viel Pausen gehabt zwischendurch. Oh, Mann. Und wie lange haben wir jetzt gebraucht? Hand aus Herz? Seit April haben wir angefangen, damit aufzunehmen. Ja, wir haben die Schreuzfahrung durchgespielt, ey. Ach ja, ich kann ja diesen Blitzfurz machen, hab ich ganz vergessen. Ja. Richtig geil. Richtig, ja. Oh, diese dummen Löcher da. Die Nerven so ein bisschen, wo man reingesaugt wird. Ah, kommt Leute, es geht doch. Was hast du denn da gefunden? Ein Appel. Könnt ich dir das klauen? Natürlich, ey. Habt ihr mir jetzt schon alles geklaut? Da bin ich verwütend gewesen wegen euch. Pennern, ey. Ja, da war voll stinkig, Leute. Haben wir leider nicht aufbauen. Ich hab's aufgenommen. Ich hab alles noch da auf der Festplatte. Das ist gar nicht passiert. Da ist sogar hoch, keine Ahnung. Luna macht Directors Cut hier vorne. Ich mach Directors Cut auf dem Kanal bei mir. Luna Cut, ja. Need more mana. Das haben wir ja, glaub ich, schon hundertmal gesagt in diesem Let's Play. Aber diese komische Schichtengeschichte hier so hoch und runter laufen und in verschiedenen Ebenen, das ist total anstrengend. Schlimm, ne? Oh, guck mal, mein Geld. Danke Luna. Genau, deswegen. Danke fürs Ausgaben. Immer dieses Geld, gein' YouTuber, ey. Ich muss noch ganz ehrlich verstehen, dass du das Spiel also für sich gar nicht so gut findest. Das Spiel ist mein letzter Rott eigentlich. Ja, stimmt schon, aber. Ach was, das ist voll spaßig, was ich über dir hab. Es ist okay, es ist halt auch relativ schwierig zu viel jetzt natürlich. Es ist, es ist, es ist halt auch lustig so, weil es halt... Ich glaub zu zweit wär's leichter. Alleine, die haben dieses Rehme-Sündschiss oder was? Ja, genau. Ja, genau. Ja, das war der beste Part. Part 3 sag ich euch. Leute, behaltet das im Hinterkopf. Part 3. Gucken. Wenn ihr sonst nichts schaut, dann diesen. Aua! Aua! Geht mir das hier gerade auf dem Zeiger. Das gibt es nicht. Die können dich hier alle mal anfassen. Die sind nicht die Mistkäfer. Das wird noch eklig, ne? Das wird's nur richtig. Ah, mein Gott. Das wird's nicht. Warum hast du eigentlich noch einen komischen Zweig als Waffe? Das Ding ist voll scheiße. Ja, weil ich Blumenkind bin. Ich brauch so einen Zweig. Der ist schnell. Der ist schnell. Aber der macht keinen Schaden. Doch, der macht meine Waffe auch nicht. Und wie wurden die Waffen resettet? Kann das sein? Diese dummen Käfernerven irgendwie. Ich mach auch keinen Schaden irgendwie. Ich mach auch keinen Schaden irgendwie. Warte, nein. Von hinten haben wir da welche. Oh, danke Luna. Oh, danke Luna. Was für euch. Was für euch. Immer noch. Ich klopfe mir immer mein Geld. Oh nein. Nein, Luna. Nein, nein. Aber dafür helfe ich jetzt Luna sogar. So nett bin ich. Ja, guck da, Panda. Panda vor allem. Vielleicht schon wieder tot. Panda. Kennen wir ja irgendwie. Durch der Einzige, der die ganze Zeit nur zaubert, weil er das andere total behindert ist. Ja doch, ich mach das auch. Aber meine Zauberer sind unausgereift, deswegen. Ich hätte mit dem vielleicht auch ein bisschen skillen sollen oder so, weil der ist voll scheiße. Im Prinzip kannst du es in diesem Spiel ja nur falsch machen, hab ich das Gefühl. Wenn du zu viel auf Zauber gehst, dann hauen die die Leute rein. Nein, deswegen zu viel. Jeder hätte eine eigene Rolle machen müssen. Der eine wäre Zauberer, der andere wäre Tank gewesen oder so. Keine Ahnung. Ich mach alles. Ich mach gar nichts. Aber ich bin der wieder ab. Hey. Das einzige was ich brauche hier ist ein bisschen Lebensenergie. Oh, diese Rollkäfer, die sind so ein bisschen anstrengend gerade, ne? Ich bleib einfach mal davon weg. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Ich mach das schon, Jungs. Ich mach das schon gut. Ja, 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 genau, Medi, du machst das auch. Gib ihm, gib ihm. Die laufen aber auch immer hoch und runter, wenn man sogar so schön hat, ne? Ich hab grad wirklich ein bisschen Angst. Ich will nicht sterben. Wohl. So. War hier nicht vorne ein so ein Boxen? Oh, ich muss wieder was jetzt werden. Ich hab dich auch. Ich hab dich auch. Ich hab dich auch. Ich komm nicht dazu. Ich wär grad nur rumgebotzt. Oh, fuck. Oh, ja, danke. Ich hab dich eigentlich mega... Ich hab dich eigentlich mega... Ich hab dich eigentlich mega behinderten Boxen. Ich hab dich eigentlich mega behinderten Boxen. Guck mal, du hast sogar mehr HP als ich, ey. Weil ich der übelst geile Rescuer bin. Richtig ideal bist du. Richtig ideal bist du. Jetzt lass mir meinen scheiß Diamant. Du scheiß Panda, ey. Das war ein Zwarack. Ich hauße dich. Dafür, dass du den Unterschied nicht kennst, wenn ich dir das Ding glauben darf. Ihr kauft euch ja eh nix davon. Boah, jetzt zeig ich euch mal was hier. Der Schockt, der ist total... Geh mir das ab. Tschüss, Mike. Herzlichen Toast geholt. Boah, diese Rollkäfer, ne? Wie... Kack, die sind die, Alter, ne? Ja. Ich sag mal, das Spiel ist da übelst gewass. Aber ich find's lustig. Ich seh grad gar nicht... Oh, mein... mein Sandwich ist abgeklungen. Aber ich seh das genauso. Wir sind schon so ein bisschen froh, wenn wir's dann mal fertig haben. Ja, auf jeden Fall. Ach was. Ist halt schon relativ witzig, wie gesagt. Aber ich glaub, das ist eher auf zwei Spiele ausgelegt, weil zu viert ist einfach viel zu unübersichtlich, viel zu viele Gegner, teilweise viel zu schwer. Und wie. Ich dachte nur, da hatte ich einen komischen Laser-Boss mit den Augen. Das Ding war doch voll unmöglich. Obwohl, der war... Der war eigentlich... Auf der Kutsche? Der war doch super. Ja, ich sag ja, da war das Spiel auch lustig. Ich sag, es ist lustiger alles, am Ende wird's einfach nur blassend. Du latschst du dir, wirst du nicht. Blassend. Einfach weiter. Ich will hier raus. Wir haben's ja gleich, Midi. Matti. Wir haben was. Irgendwie kann man doch auch noch verteidigen hier, ne? Mit diesen großen L-Tasten, hier. Ja, mit L2. Aber wer macht das schon? Was ist das denn? Oh, da ist doch die Giraffe. Ja, die liebt dich. Wofür auch immer die da ist. Den Vogel davor, den fand ich eigentlich auch ganz okay. Ich weiß gar nicht, was der gebracht hat, aber er sah lustig aus. Hm. Was macht die Giraffe? Oh, meine Fresse. Er schießt da so geile Plätze um sich. Das bin ich. Oh, du hast das echt drauf rum. Ich kann nur so ein bisschen... Spucken hier. Oh, diese Roll-Pete-Tasten, die kannst du übertöken zuerst. Man kann ja auch noch blocken. Wie wärst du mal, wenn man sie... Ich verprügelt dein Gesicht. Nein. Scheiß drauf. Oh, sie rollen wieder. Sie rollen wieder. Sie rollen wieder. Renn, 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 renn. Ah, ah. Der Dicke rollt. Rollt ein Knödel um die Ecke und fällt rum. Lol. Loll-Roffel. Loll-Roffel. XT. 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 Ich brauch ein bisschen Obst, Leute. Mehr Obst. Wir haben Obst im Haus. Aber richtig. Oh, oh, oh. Ich glaub, da kommt irgendwas jetzt, oder? Ne, ich geh weiter. Da heimst du dich schon wieder ein, ey. Guck mal, Luna hat 570 und sagt dir Geld. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Ich hab gar kein Geld. Ich bin arm. Ach nein, das war das UFO. Das war kacke. Ja, stimmt. Hatten wir dich hier so... Bisschen aus wie Alien-Humanite. Hier war ein Ende. Oh, ist das nicht auf einem selben Zeichner sogar? Gott, ich brauch was zu essen. Ich bin gleich tot. Und ich erstmal, ey. Meiner. Ihr erlebt mich sowieso nicht. Ach was, nein. Da klappeln wir dich. Im Prinzip nicht. Achtung. Achtung. Kann man da eigentlich... Neu. Den irgendwie... Schotten? Ich will nicht, dass er das Teil auf mir abnäht. Das müssen wir dann machen, dass er das mal fallen lässt. Mein Gott. Also mal fallen, du Penner. Wahrscheinlich muss einer stehen bleiben. Ja, so. Mich hat's natürlich wieder erwischt. Wo ist er hin? Ich seh mich nicht. Hau da wieder ab, ne? Feichling. Au! Kann ich auch nicht... Kann man die aus... Ne, man kann nicht ausbuddeln, die Leute. Holz euch! Na, ich werd hier ganz umgeklatscht von irgendwas. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das meine Giraffe. Geld! Oh, guck mal. War ja nichts. Geld! So. Haben wir Geld. Kann man das letztes Mal überhaupt schon so weit als wir hier waren? Wir kamen noch bis in die Pyramide, wo dann die Fallen kamen. Es geht natürlich weiter. Und dann zwei davon. Vielleicht noch 20. 20 Stück lag sehr viel Spaß. 20 Stück lag sehr viel Spaß. Oh. Guck mal, da sind doch gerade viele Fallen hier, ne? Manchmal schon. Ja! Ich hab das Gefühl, wir sind aber nicht so schlecht wie sonst damals. Ne, wir sind ja relativ gut sogar. Ja, das lag letztes Mal wirklich an den Legs, weil man konnte nicht zuhauen, ne? Ja, stimmt. Obwohl, ich hab eh nichts mitbekommen. Das ist eher das total unübersichtlich. Ich steig hier gar nicht durch bei dem Spiel. Oh, ich hab Mausebild, lololol. Trololololol. Und jetzt? Oh, was ist es denn? Oh, was ist es denn? Ja, jetzt kommt der Richtzeboss. Den haben wir, glaub ich, nicht mehr geschafft. Ich versteck mich hier in unserem Felsen, der sieht uns nicht. Ja, guck mal. Geht nicht. Nein! Nicht absaugen. Mach das sogar hinter dem Felsen versteckt bist du. Wer nix saugt, wird abgesaugt. Leute, ich glaub wir müssen uns absaugen lassen, oder? Ich mach das jetzt einfach mal, oder? Mätschee. Ich geh mal rein. Gucken was passiert. Und jetzt? Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Komm, kommen sie rin. Hier ist sie müdlich, hier gibt's Tee und Kaffee. Können sie rauskicken. Mich belagant. Komm, kommen sie rin, können sie rauskicken. So weit waren wir echt noch nicht, Leute. Ich glaub wir haben das UFO doch nicht geschafft. Nee, dann hätten wir uns erinnert. Ach, nein. Daran hätten wir uns definitiv erinnert. Holy moly. What the fuhr? Ich glaub außen lang? Ne. Ja, hier, hier, hier. Ja, hier. Da springen wir drücken. Yes. Sind's links lang? Rechts lang? Oh, guck mal, da sind die Entwickler, glaub ich. Die sehen ja richtig aus. Äh, falsche Richtung. Kann man nicht befreien. Jo. Sprin die, sprin die. Ach. Da muss doch was gehen hier. Ich will mal Lebensenergie. Oh. Ähm, ich glaub hier gibt's ein paar Fallen. Siehst du das aus? Nö, nö. Gibt's nicht. Die kommen gleich. Hallo. Oh, oh. Guck mal da oben. Die sehen so knuffig aus. Knuffig und tödlich. Laserarzen. So, so wie Bruch. Ja. Ist das eigentliche Metzl? Hihi. Meins, meins, meins Geld. Was? 600? Du kaufst dir eh nix? Ich kauf dir mal Haltregeln. Ich kauf dir mal Haltregeln. Weil ich bin am wenigstens gespielt von dem, wo wir immer alles weggearbeitet haben. Ich bin tot. Ja, fast. Meine Bananen Luna. Gib mir die Bier nicht. Wie viel Sinn ist das denn? Ja, ich lass dir alles, ich lass dir alles liegen. Guck mal, ich steh doch hier nur. Guck mal, Geis. Ich bewege mich nicht. Ich bin tot. Ich bin blind. Da, hol dir's. Jawoll, danke. Hast du's mitgekriegt? Wunderbar. Sind die bescheuert? Jetzt gibt's erstmal nen schönen Schnitzel hier so ne Hähnchengeule und dann lauf deine Hähnchengeule. Oh, oh, oh. Vorsicht. Das war knapp. Laser. Wer ist Erdin? Oh, hier ey. Der Ameisenlöwe ist der. Das ist Henry, der Schwergewichtsboxer. Das ist Erhard. Das ist Henry, man. Der hebt hart. Was macht der jetzt? Oh, nicht drauf rum, Henry. Der ist ja der Mechaniker. Guck mal. Guck mal das Fiel da oben. Oh nein. Oh nein. Oh, eine Minute. Komm weg. Nein. Wir müssen die... Die Toilette wahrscheinlich. Nein, das ist ein Kuputwasser. Nein, das macht ihr dann schon. Ich kann mich nicht. Man kann auch schießen, ne? Wenn ihr die wechselt, die Waffen, dann... Ich... Was soll ich sagen? Wie mach ich denn? Wie wechsle ich nochmal die Waffe? Mit R. Mit L. Im rechten Knopf. Oh, what? 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 Einfach immer mit dem Schlalom laufen. Warte, komm, komm, komm. Freaky! Du machst das! Freaky! Mach ihm! Mach ihm! Mach ihm! Mach ihm! Er ist einfach ein bisschen... Äh, ne? Ich schret's einfach mal so. Wie geh die Birne, soll jetzt. Renn, 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 renn. Sind sie jetzt tot? Ne, wir haben's geschafft. Luna! Ich muss das jetzt nicht verstehen, ne? Oh, Luna hat Rike-Tauber. Das ist neu, total neu. Ne, wir müssen nochmal, shit. Wir müssen nochmal. Zumindest sind wir fair, dass wir hier gleich starten können. Das ist das neues Level hier schon wieder. Das ist neues Level hier schon wieder. Ja. Sehr coolant. Die Level sind relativ cool. Miteinander verbunden. Und dass wir zwischenzeitlich auf die Oberwürzel kommen. Das ist ganz cool. Wir hätten so vielleicht noch ein bisschen was kaufen sollen. So ein paar... Ja, das schaffen wir jetzt auch so. Boah, hab ich gerade Flex hier. Wollt's gar nicht langsamer. Das Problem war ja nicht, dass wir einen komischen Rauchdienst haben, sondern einfach nur, dass wir in diesem komischen Rauchdienst haben, hochgeschleudert werden. Ey, irgendwas trifft nicht. Ich hab echt was mir gesagt. Da kriegst du alles wieder mit. Ich spiele jetzt wieder gegen dich alles. Ja, ich verstehe schon. Nach dem Krieg in Schwirne zogen. Ich gratuliere. Dankeschön. Momentan sieht es ja doch eher gut aus für dich. Ja, und schlecht ist ja... Wenn ich gegen dich antreten muss, dann ist es gut für mich. Ja, werden wir sehen. So, erstmal wieder Henry. Der selbe Kram schon wieder. Henry, du machst das. Blablablablablabla. Du sitzt auch auf der Toilette und... Das mach ich auch immer so. Kennt ihr diesen super Toilettensessel von Tim Allen? Nein. Sag mal, wer der hämmert, der ist super. Hätte ich gerne. Muss sich nie wieder bewegen. Ja, so kann man so auch. So. Jetzt einmal durch. Leute, jetzt durch. Einfach durch. Einfach durch. Weiter, weiter, weiter. Können nix. Da war, dabei. Können nix. Genau, einfach mal durch. Im Slalom und so, ne. Nein. Ah, jetzt wird das nicht. Ah, jetzt wird das nicht. Lauf, Freunde. Shit. Alter Schwede. Wenn's mal hängt, dann hängt. Richtig. Ah, nein. Ich hänge zu fest in dir. Ja, ich komm, ich komm. Metti, hier unten lang. Ah, der kann natürlich... Das ist so eine... Gierlande, da kann der nicht drüber springen. Oh, wow. Was zur Hölle? Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Ah, ich hab's geschafft. Oh, wunderbar. Komm rin, Luna. Nein, 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 nein. Boah, wie viel. Oh, das ist so schade. Und Metti, der kommt ja noch angeflogen, ey. Oh, ja, mein Daumenau, hier kommt. Jetzt kommen die Arabs hier, ey. Was denn? Alter, gib mir das. Das kann mir nicht. Ich kann sogar spucken. Wie machst du das? Mit dem Haar? Ah, guck mal hier. Das ist so krank. So ein kranches Spiel einfach mal. Das bringt überhaupt nix. Wie kann ich verschwucken lassen? Kannst du auch vom Lama aus noch mal zuschlagen noch weiter? Das ist richtig nett. Ne, aber nicht zaubern. Das ist das Problem. Das ist auch zaubernd. Ich glaub das ist ein Andromeda, oder? Ne, Andromeda, Andromeda. Kein Andromeda. Kein Andromeda. Kein Andromeda. Ein Andromeda, hallo. Oh, was keine Ahnung. Andromeda hat nur einen Höcker, hallo. Ja, gut. Geh mir die Menze. Ja. Geh mir die Menze. Diese Menze? Meine Menze. Geh mir die Menze! Geh mir mit den Arm. Geh mir mit den Arm. Hier und die Menze. Komm und was dir mal aushalten, du kannst echt prügeln, bis ins Abendland. Ja, wo wir grad zu wissen, noch Bagdad barfuß. Kannst du dir hauen? Warum barfuß? Bagdad Sidi. Willst du den Bagdadianern unterstellen, dass sie keine Schuhe haben? Bagdadian. Die Bagdadianer. Den Bakterien. Die Bakterien. Die Bakterien aus Bagdad. I Bagdad. Sagt der Bäckermeister zum Lehrling. Ey, du Bagdad. Du hörst mal wieder die geilsten Witze raus, ey. Der war richtig schlecht. Nein, der war doch voll gut und so. Findet mein Vater auch noch lustig. Der war doch nur, dass wir Schmerzen haben. Ich war davon, dass er damals immer in dem Witz so gut fragt Abraham mal, äh, was heißt, nee, Abraham fragt Debra, kann ich mal dein Zebra haben? Oh, Gott, hat er sich immer drüber gegeiert, ey, und ich mir dachte, ey, das ist so schön. Ja, nach dem 5. Jahrhundert sind wir ja noch lustig. Das sind wir trinken so weit. Also langsam wird's ein bisschen öde hier, können die auch mal alle abfauen jetzt bitte. Das ist genau so ein lustiges Wortspiel wie Wortspiel mit Tun, Fisch und Wall, Fisch. Soll sich das tun, Fisch, du hast ja keine Wall, Fisch, haaaah. Man, immer noch gut findest mit Arschbacken und Kuchenbacken. Kennen Sie? Oh, Gott. Nee, ich will's ehrlich, ich glaube, gar nicht kennen, aber erzähl mal. Du kommst von, du kommst, du kommst einfach mal von Arschbacken auf Kuchenbacken. Also, wenn man das Thema so abbruchwechselt, ne, egal. Wortspiel. Ja, haaaah. Ja, haaaah. Man, diese Typen mit ihren Kamelen da, mit ihren Drommeldern. Mich regen diese komischen kleinen Zerwölften hier eh mehr auf. Warum darf man hier nicht einfach mal weiterlaufen? Ja, das ist doch voll gelacht. Was soll denn die Szene? Voll die Streckung. Spielzeitstreckung, Trololol. Wäre genau das richtige Spiel für... Ja. Zebra. Castle Grunchers, ey. Ich hab leider den Stream-Ausfall so leckt dann bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht ragen die jetzt. Freaky. Ragen deine Leute, wenn man Gronkh den Kakao zieht? Gronkh, über Gronkh witzel lachen die. Achso. Ja, das ist ja auch, dass er einfach voll schlecht ist, glaube ich. Ist ja nicht so, dass wir ja böswillig sind, aber so ein bisschen witzeln darf man immer. Das ist Humor unter Kollegen, nenne ich's mal. Ist ja nicht so, dass wir böswillig sind, aber eigentlich schon. Nein. Ich nenne's Humor unter Kollegen. Gehör. Einfach durch einen Kakao ziehen, darf man mal machen. Natürlich, so wie wir es gehen, der sich durch einen Kakao ziehen. Und ziehen wir auch mal andere durch einen Kakao. Also, da wird das Paragott. Der für Sie. Uuuh. Der will Blut sehen. Ich will jetzt komm wieder endlos lang gar nichts. Komm wieder durch den Blut. Nein. Das kommt weiter. Meine Andromeda. Nein, meine Andromeda. Meine Andromeda ist weg. Möcht der Welt. Die triffst aber auch einmal, dann war's das, ne? Das ist total sinnlos, die Skopiode zu metzeln die ganze Zeit. Man kann's auch dreimal durch die Gegend schleiern. Es macht ja so viel Spaß, ganz viele Zahlen auf dem Bildschirm zu sehen. Wir wollen mal ganz viel Damage machen. Ja, wenn's nachgeht, dann musst du Asia Grinder oder BOW spielen. Ich bin mittlerweile auch ein Asia Grinder geworden aus meiner Sicht. Oh, endlich. Lass sie hier reingehen. Ich hoffe, ich hab mein Drommel da noch. Nein, mein Drommel da! Jetzt weine ich. Oh, das ist Balboa! Das ist Balboa, ey. Oh, der befrügelt mich. Der ist ein bisschen aus dem Kack auf dem Turban. Das ist keine Frisur, das ist ein Turban. Hat so ein Stück Kacke auf dem Kopf. Ich denke, das sind so die Haare und nur ein bisschen da drungen gekillt. Balboa ist ne Katze. Ja, wie auch immer. Ihr guckt uns Kätzchen! Kätzchen! Lass die Kätzchen! Komm wir nicht rein, ich hab's ne Kätzchen lassen. Ich geh da jetzt hoch. Endlich. Ich hab mir noch Mampf. Oh, ey! Hä, was? Hallo! Wo ist da einer? Oh, du Scheiße! Wo ist hier nicht? Big Bob Burner, ey. Der geht ab. Akane-Man-Sandwich oder so von euch? Das ist Haft-Befehl, ja. Schaft-Befehl ist das. Oh! Kraft-Befehl? Schaft- Schaft-Befehl. Schaft-Befehl? Oh! Das wären die Freundin wieder... Saft-Saft-Befehl, ja, ja. Niveau-Limbo vom Feinsten wieder, ja. Ich hab nix gesagt. Nein! Freakin' Nein! Auf das lassen wir uns nicht hinab. Bitte. Pass. Zu erwähnen, dass das Humor... Dass das Niveau hier sinkt. Das macht nämlich alles noch schlimmer. Wisst ihr, worüber wir uns sehr... Liebe Zuschauer auf YouTube? Ey! Wisst ihr, worüber wir uns sehr freuen würden? Werden wir jetzt Pause machen? Nein, immer ein bisschen Support. Support! Daumenliebe! Bleibt doch mal stehen, wir müssen... Danke für einen Support! Wir müssen Pause machen. Pause machen? Achso, ist schon wieder vorbei. Ja, ist vorbei. Fürst. Gut, tschüss. Dein Erster in den Kommentaren. Support! Bäh!